Abdo, den hat er schon weggemacht. Ja, damit ist er willkommen zurück hier. Neues Hütchen steht. Und hier der Floki, der mir den Weg versperrt hat. Und der Weide mal eben aus dem Hut gezaubert. Aus dem Hut da, da kam es raus. Rote Bieten können wir noch nicht, ne? Nee, nee. Gleich hinter uns. Wo ist denn Kanu? Hier hinten. Richtung Drogen. Ah ja. Ups. So, jagen, jagen. Also eher unser Heimbeschützend, könnte man es eher formulieren. Eigentlich schon, ne? Mal auf Nummer sicher gehen. So, hier. Ein Patchy. Das Kanu ist nichts mit Bohlern, ne? Nee. Da läuft ein aufgeregtes Fiomia. Da ist der tote Raptor. Oh, da hat ja ganz schön was gemetzelt hier. Oh. Dillo hinter dir. Oh, Kano. Oh, Kano hinter mir. Ja, jetzt bin ich schlecht hier. Hilfe. 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 Den Dillo habe ich. Ja. Hallo, was machst du da? Ja, warum muss ich das alleine machen? Bei mir hat er die Pfeile wieder nicht nachgeladen. Bei mir hat er auch gerade nicht nachgeladen. Das ist nicht lustig. Nee. Das ging so. Mittelmäßig erfolgreich. Scheiße, es war aber fast hin, das BDK. Ganz ein bisschen schwieriger wäre, nach meinen Klamotten zu kommen und... ...wo mich das Kanu killt. Oh ja, das ist schon wieder aktiv. Das shoppen wir schon hier. Oh ja, oh ja, das geht. Oh, der ist hinter mir, ja. Komm, ich bin schon wieder am Wickel. Mach das 57 Schaden. Das ist natürlich... Ja, ich hätte jetzt auch nichts an. Oh, Gott sei Dank. Ich dachte schon, ich komme hier in meine Sachen dran. Sieht's aus? Warum ist denn hier... Wir haben noch zwei Betten. Warum kann ich denn da kein Bett anwerfen? Ja, nein. Im Kranu geht's wieder super, hä? Wenn alle drei gespawnt sind... Ich bin eben schon am zufälligen Bett. Am zufälligen Ort. Ach so, du bist und dann, okay. Ah, verdammt. Das war nicht so schlau. So, rüstet er mich schon wieder. Ja, mal gucken, ob ich ins Wasser komme. Ich rüstet mich mal schnell aus. Schmeiß den Rest wie immer weg. Oh, das gibt's noch nicht. So, wo versteckt er euch denn? Wo ist denn, äh... Wo ist denn, äh... Crazy, crazy Kano? Im Wasser, auf der Suche nach... ...Mia als... ...seine Hauptspeise. Hier unten am... Ist es gerade irgendwas anderes? Kann ich ja vielleicht mal wieder an Land? Ich hab nämlich meine Sachen noch nicht. Aber es hat die gleich nach dem Spawn schon Hunger auf mich. Nein, nein, jetzt. Im Wasser, hier bei mir. Ja. Jetzt kommt's wieder raus aus dem Wasser. Ähm. Warum hab ich... Wuhu, wuhu. Auah. Wo sind denn meine Feine bloß? Im Kanu? Nö, nö. Hätte ja fast 50 Stück mit dabei. Ich hab vielleicht 10 verschossen. Ach so. Oh, jetzt hat er sich nachgelangen. Was ist denn das? Warum macht er das denn nicht? Ja, das Problem hab ich auch öfter mal. Äh. Hat mich irgendwer gelootet? Nö. Hat nur mich gelootet. Ich hab auch noch mich gelootet. Ja, ich glaub mit dem Kanu, da müssen wir uns erst mal was überlegen. So, das glaub ich nichts. Ja, wir sind natürlich auch hier ziemlich stümperhaft drangegangen. Müssen wir uns mal irgendwo ein Steinchen stellen und dann mitteln wir das Ding gemütlich ab. Das ist ja... Das ist mit dem Nicht-Nachladen. Er geht mir jetzt nach drei Minuten schon ziemlich auf den Nerven. Ja, das ist wahr. Oh ja, komm her zu mir. Richtig mal zu Mr. Bronto. Oh, kommst du aber auch nirgends hoch, ey. Ey, geh doch mal auf Mr. Bronto. Was soll denn das? Ne, hat er bei mir auch nicht gemacht eben. Aber jetzt rastet Bronto gerade aus. Ich lass lange da rum. Ne, ne, ich glaube Mr. Bronto hat Schiss. Oh, da kommt er ja hoch. Nein! 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 Boomi, jetzt gespawnt. Ja, ich auch. Weiter. So, ich brauche jetzt mal Pfeile. Ich muss noch meine Base an. Lass uns mal zu dritt. Ja, es war eben fast tot, das blöde Vieh. Ja. Jetzt gerade ist es im Wasser auf dem Weg Richtung Schildkröte. Jetzt haben wir mal ein Minütchen um uns. Ego, Mastaxel laufen ja ziemlich viele rum. Mhm. Ja. So, ich muss noch Level 11 werden. Ja. Einen Schuss schießen, Bogen wechseln. Das gibt's doch nicht. Oh, jetzt habe ich zwei hinter mir. Habe ich euch. So, wo ist dann Mr. Kano hin da eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Mr. Kano ist Richtung Bogen ins Wasser, weil da eine Schildkröte war. Ah ja, sehr gut. Und da hat er sich dann nicht von abbringen lassen. Ich weiß jetzt aber nicht, wo er jetzt exakt ist. Das war vor ungefähr zwei Minuten. Kann sein, dass Mr. Kano auch schon wieder zurück ist. Ich brauche gleich neue Pfeile. Ups. Warum hat der denn Schiss von mir? Oh. Nein, jetzt habe ich irgendwas weggeworden, was ich nicht brauche. Sehr gut. Oh, die Scheiß geht nicht, ey. Ja, die Skins fluchen und sägen zugleich. Hm. Oh, meine Handschuhe sind schon kaputt. Hm. Ich sammle auch gerade ein paar Fasern zum Reparieren. Sonst waren nicht mehr so viele. Okay. Kann auch sein, dass ich noch irgendwie ein paar... Ja, ja, ich habe... Ich habe ganz viele in der Tasche. Entschuldige. Wollte ja eben eigentlich noch die Werkzeuge fertig bauen, aber dann... Sind wir aufgebrochen. Ähm. Ähm. Och, naja, dann nicht. Oskano hat sich jetzt verdünnisiert. Okay. Ich sehe es nicht mehr. Ich sehe den mal ein paar Fasern hier in den Schrank. Äh, in der Bergbank. Ja, Bergbank. Okay. So. Und da soll ich auch schon mal was Schönes rausnehmen dann. Was Schnuckeliges. Gibt mir denn drei Leder. Das ist auch unser Treppenhaus, ne? Unser kleines Häuschen hier. Wir haben gar keine Leder mehr. Doch, Gott. Ich habe auch was in der Tasche. Schmeiß ich mal eine Wände. Oh. Oh. Oh, nö. Was? Terrorbird. Oh. Ja, das ist nicht so schlimm. Also direkt vor unserer Base. Ich weiß nicht, wo der herkommt. Ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht. Lasst euch überraschen. Er ist gleich da. Oh, hinter mir. Abi. Pass mal an. Brückelt es aus ihm raus. Natürlich auch 140. Ja, klar. Wie macht der denn so? Ist doch schön. Sehr gut. Olle Potzer greift mich aus dem Hinterhalt an. Na gut, alles was man bohlen kann, geht ja gerade noch so. Oh, hier kommt ja vom einen ins andere. Ich sag's dir. Ja, was ist denn, ob wir jetzt auch was Sperrmüll hier bestellt hätten? Kannst du dir mal was anziehen, Wadde, bitte? Habe ich nichts an? Ja, doch. Ich habe schon was an, aber nicht alles. Gut. Ja, reicht. Muss doch nicht so was treiben in den Klamotten. Ach, der feine Herr hat ein Metallpike. Ja, der habe ich ja mal gefunden. So, hier. Was soll ich hier natürlich? Hey. Was, brauchst du Leder oder was hier? Nee, Metall. Achso. Da wurde natürlich gerade so ein scheiß Kackspär repariert. Ich bekomme nicht dazu, meinen Kühl zu bauen. Meine Hand. Ja, da ist ja schon nichts mehr drin. Ja. Für einer mal Metall holen, ne? 75 sind noch da, aber... So, hör, dann schmeißt du doch rein, Mensch. Ja, ja, ja. Schmeißt du doch rein? Für dich liegt das Metallwerkzeug da noch drin, ne? Für dich, meinst du mich? Ja. Ja, ich habe meinen schon mal. Okay, sehr freundlich, danke. Und ich habe ja noch keins, weil... Achso, ja. Achso. Ehrlich mal. Was brauche ich denn zum Bohren reparieren? Holz und Fasern. So, ein paar Eier hier habe ich schon mal organisiert, fürs Frühstück quasi. Hm. Da freue ich mich, aber gibt es auch schön Bacon dazu. Den kannst du ja selber organisieren. Das ist sinnvoll. Was? Ich brauche Fasern. Werkbank. Werkbank. Oh, danke. Sehr gerne. So, jetzt würde ich gerne noch mal Pfeile bauen. Zehntausend Stück. Das klingt nach dem Plan. Mal Betäubungspfeile machen, wa? Ja. Das war unser erstes richtiges Tierchen holen können. Nichts gegen den kleinen Gierklutsch, aber... Man möchte ja auch bitten, ne? Dass der... Das wenigstens ein Weibchen. Ja. Sehr gut. Das Kano hat sich jetzt verzogen. Scheinend wohl so. So, ich bin jetzt Level 11, fast schon Level 12. Oh, also es geht doch. Ist relativ zügig, dank dem Terrorbird. Dann könnt ihr ruhig nochmal ein 140er vorbeilassen. Also, nehm ich. So, was soll ich bauen? Fundament aus Holz, ne? Ja. Fürs Erste. Und dann soll ich auch welche bauen, oder was? Bau mal ruhig ein bisschen was. Was, äh... Was, äh... Was, äh... Leveltechnisch vorankommst. Holz, Stroh und Fasern. Ja, auch vier kann ich schon mal bauen. So... 60 Betäubungsfeinde. Was wird denn jetzt... Das... Ich nehme mal das ganze Holz hier aus dem Schrank, ne? Ich hole dann gleich mal Neues. Das heißt, wir brauchen noch Bären, ohne Ende. Narkos wahrscheinlich, ja. Geht so... Achso, manche Narko-Bären. Naja, 60 Pfeile. Naja. Und noch 18 Narkos jetzt. Hä? Haben wir. Ja. Ja. 60 Pfeile. Ja. Ja gut, Narkos brauchen wir, glaube ich, nicht so viele. Wir haben ja nun mal das Zehn ein bisschen... bisschen angepasst, sage ich mal. Äh... Da... Da... Es gibt jetzt nicht so viele Tiere, wo man da unbedingt viele Narkos braucht. Okay. Ähm... Aber ein Trike wäre schon mal gut, wenn wir das als nächstes mal angehen. Ein Scheißbär in seine Leine mal ein bisschen einfacher wird. Und hier... Das ist wahr. Das Trike, das können wir wirklich machen. Und der kleine Gehlklutsch, der macht hier einen Scheiß-Terror. Da schnallt sich gleich raus, dass er Bude. So. Level 22 schon wieder. Ich bin jetzt 13. Ich brauche aber Holz, sonst geht es nicht weiter. Ach so. Ach, was wollte ich denn? Ich wollte doch mal meine Handschuhe reparieren. Äh, kein Leder. So. Bin ich schon wieder so überladen. Ach, das Holz ist wieder so schwer, ne? Hm. Da kannst du ja nicht mehr zu viel von mitnehmen. Dann komme ich mal wieder zurück, schon. Ein 90er Trike ist immer noch neben unserer Base direkt. Ja, sollten wir angehen, ne? Ja, müssen wir uns nur erstmal irgendwie überlegen, ob man so frontal... Aufs Dach halt, ne? Bei uns. Sollte ja hoffentlich halbwegs funktionieren. Klingt nach dem Plan, ja. Aber warte, lass mich kurz noch ein, zwei Sachen bauen und dann... Ja, na klar. Ein 90er wäre ja schon mal ganz in Ordnung. Was brauchen wir? Meejos, ne? Äh, joh. Äh, wir haben... Ja. Wir haben 65. Äh, warum? Brauchen wir mal den kleinen Gierklutsch. Oh nein, das hat die ganzen Meejos an den verfüttert. Ich habe schon wieder eine gesammelt, wie viel brauchen wir denn? Boah, der guckt doch mal nach, bitte. Äh, 95. Also mehr als 80 brauchen wir doch nicht. 58. Naja, das ist ja reich doch. Was doch. So, dann würde ich sagen, äh... Allerdings bräuchte der auch... 19 Schuss. Naja, gut, wir haben ja 60, ne? Also das sollten wir hinkriegen. Das könnte... Oh, hier kommt einer rein, ne? Ja, was? Wer kommt denn da rein? Hat hier gerade ein Stego seinen Kopf durchgeschoben. So, mein Bogen ist noch in Ordnung. Das sollte noch reichen. Achso, ich brauche ja dann auch die anderen Pfeile, ne? Zieht die richtigen Pfeile auf, bitte? Genau. Das, äh, gibt's dann gleich.